Hallo liebe Freunde und was geht? Ich hoffe euch geht's gut zu sagen. Mich sollte gut erzählen. Leute, also erst mal Moin. Wie gesehen auf dem Bild heute Checker Tobi. Wir gehen mal hier ins Wohnzimmer. Leute, was sind Früchte? Toast mit Gurken. Wie geht's, Ali? Leute, es wird heute... Aua. Es wird heute sehr, sehr geil. Kleine Pupsi bist du. Du bist ein kleiner Pupsi. Du bist ein kleiner Pupsi. Nein, du. Nein, du. Der Ali schaut hier gerade auch so ein Mickey Maus. Magst du Mickey Maus? Yes. Und warum? Nein. Guck mal, Leute, blöde Mickey Maus. Okay, Leute, wir nehmen jetzt erst mal auch einen Stuhl. Leute, ich bin gerade so ausgerutscht. Die Socken sind so rutschig als Haar. Was wollt ihr? Die Socken sind so rutschig als Haar. Hast du gesehen, wie ich gerade ausgerutscht bin? Warte. Hey, so. Nein. Oder? Warte. Ich drübe das hier hin. Das da auch. Und ich esse hier. Ich esse hier auf dem Tisch. Ja, warum ist Deck auf dem Boden? Ich verstehe euch nicht. Jetzt haben wir die Decke erstmal weggemacht. Jetzt schätzen wir auch mal Toast rein, Alter. Ich habe schon so Hunger. Wir stellen das jetzt erstmal weg und wir kommen da hin. Aila, guck mal, wo ich sitze. Aila. Egal. Wir nehmen mal so einen. Boah, Leute. Drei, zwei, eins. Ich bin mir auch nicht gut. Ich bin mir auch nicht. Danke. Leute, jetzt haben wir auch schon fertig gegessen, Leute. Leute, ähm... Ding. Gleich geht mir schon los. Ich habe mich Sack gegessen. Komplett, bro. Ich gebe zu Checker, Tobi. Ui, ui, ui. Jetzt, falls ihr euch fragt, warum ich jetzt anders aussehe. Ich habe meine Hose und T-Shirt ganz kurz gewechselt. Ich weiß ja, ob ich einen Schwabenpark-Vlog anhatse, wie ich weiß. Wenn ich das rein erinnern kann. Was bin ich? Mario Pizzi. Aha. Und was malst du da? Okay, du malst irgendwas komisches, das man nicht erkennt. Also du hast wieder weggemacht. Was malst du mal, Ronaldo? Mal, Ronaldo? Mal, Ronaldo. So, die weißt du nicht, wie man Ronaldo zeichnet, ja? Warte, solange unsere Kleine eigentlich mal unsere Schuhe aussuchen, Leute. Was, äh, welche Schuhe ich halt anziehe. Okay, Leute, hier in den Schrank, da haben wir die, die sind heute viel zu warm, weil das Wetter sogar auch voll warm. Äh, warten. Oder ich weiß, glaube ich, ich anziehe. Ich weiß, was ich anziehe. Guck mal, Leute. Soll ich einmal die da anziehen? Okay, ich ziehe die an. Sonst gibt's keine anderen. Ach so, da vielleicht kann ich auch die rufen. Ähm, 40 Minuten von hier entfernt. Also, halbe Stunde und zehn Minuten ist von hier entfernt. Es wird sehr, sehr krass. Ich versuche auch nicht mehr. Mein Cousin ist heute auch mit dabei. Checkt ihr aus, deinen Kanal ab, Detektiv-Tendo. Und ja, mehrere Abonnenten, das wisst ihr. So, Leute, wir gehen jetzt auch erst mal hoch. So, Leute, erste Arbeit, Deo machen, Leute. Zweite Arbeit ist, äh, Ding machen. Äh. Und dann müssen wir unsere Box aufladen, weil wir gehen heute zum Garten und da hören wir Musik. Leute, heute ist auch Muttertag. Okay, Leute, wir waren gerade auf dem Bad. Wir haben so ein Deo gemacht. Okay, jetzt ist der Flughafen. Letztendlich jetzt müssen wir noch ein Parfum machen. Original Zara. Man hält jetzt einmal nur auf die Tafel. Wir sind bereit für heute. Wir sind bereit für heute. Danke für die Box. Wir sind jetzt auch schon hinten. Wetter fresh heute. Geil. Hier ist unser Auto. Da fahren wir gleich los. Checktobli. Schaut mal, wie du ab. Leute, jetzt sind wir auch schon im Auto und wir fahren gleich los. Und ja. Leute, hier sind wir auch gerade schon angekommen. Das ist so ein krasser Platz, Alter. Wir haben ja gerade auch schon gepackt. Und jetzt gehen wir raus. Hier sind wir auch schon in der Halle. Das ist riesig einfach. Und Leute, wir werden dann gleich Checktobli stehen. Die Halle ist einfach nur riesig. Und ich habe die England-Förer. Oh, no. 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 So, Leute. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Wie ihr es gerade auf dem Bild gesehen habt, ich habe Checktobli getroffen. Hier auch nur eine Autogrammkarte. Und Leute, also wir waren oben und dann waren wir noch unten und dann haben alle Fotos gemacht. Und wir sind dann alle nach unten gegangen und dann haben wir ihn getroffen, Leute. Und lasst alle ein Abo und ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und ciao, Leute. Passt auf euch auf. Ciao. 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 Vielen Dank.